Wie schmutzig sich Katar die WM erkauft hat. Keine Ahnung, was jetzt hier erzählt wird, aber ich bin gespannt. Schauen wir uns das mal an. Die WM, die in wenigen Wochen in Katar stattfindet, wurde durch Bestechung erkauft. Der Vorwurf, der sich quasi seit der Vergabe im Dezember 2010 hielt, wurde schließlich 2020 nach jahrelangen Ermittlungen offiziell vom US-amerikanischen Justizministerium bestätigt. Die Delegation von Katar soll gezielt einzelne Mitglieder des WM-Vergabekomitees bestochen haben, um schließlich dann den Zuschlag zu erhalten. Im Zuge der Ermittlungen wurden dabei einige sehr schmutzige Details und Deals Franz Beckenbauer, Franz darf ich hinter dich erfahren? Öffentlich. Wir stellen uns also heute die Frage, wie hat sich Katar die WM erkauft und wie konnte es damit durchkommen? Springen wir dazu in das Jahr 2010. In diesem Jahr vergab die FIFA nämlich die Austragungsrechte für die WM 2018 und die WM 2022. Für die WM 2022 hatten sich dabei fünf Nationen um die Austragung beworben. Australien, Japan, Südkorea, die USA und eben Katar. Katar erschien dabei aber aufgrund seiner fehlenden Fußballkultur und der fehlenden Fußballinfrastruktur eigentlich als absolute Außenseiter. Die meisten spekulierten nämlich auf einen klaren Sieg der USA. Doch es kam letztendlich alles anders. Als der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter am 2. Dezember 2010 den Zettel aus dem Umschlag holte, stand dort zum Erstaunen aller Fußballfans Katar. 14 der 22 Mitglieder des FIFA... Bester Mann, Alter. Geile. ...Exekutivkomitees stimmen für den kleinen Wüsten... Ja, Leute, ich frage mich auch, woher die Infos haben und so. Ich glaube, guck mal, das müsst ihr euch auch merken. Ihr dürft nicht sofort, wenn jemand irgendwas hier auch in Videos und so erzählt, wenn er das nicht belegt mit Quellen, sofort glauben, Digga. Ich kann auch erzählen. Ja, hier, Leute, heute ist meine Eistee-Dose einfach am Schweben gewesen. Und ja. Natürlich wurden daraufhin sofort Betrugsvorwürfe laut, von denen sich die meisten... Schwierig, ich dachte gerade, das wäre ein Schwanz, ne? Sorry. Wirklich, ich dachte gerade hier... Guck mal. Siehst du auch mal, du dachtest dir so. ...betrugsvorwürfe laut, von denen sich die meisten später tatsächlich auch bestätigten. Das Stichwort war Bestechung. Insgesamt soll Katar fast 200 Millionen Dollar für Lobbyarbeit investiert haben. Darunter mag natürlich auch Geld für legales Marketing gewesen sein. Im Zuge der Ermittlungen gegen Katar wurden allerdings auch viele illegale Wege des Geldes aufgezeigt. Und im Vergleich dazu gab übrigens der Hauptkonkurrent, die USA, weniger als 5 Millionen US-Dollar für Lobbyarbeit vor der Vergabe aus. Aber schauen wir uns den Betrug im Detail an. Den Grundstein dafür legte Katar in Frankreich. Nur wenige Tage vor der Vergabe trafen sich der damalige französische Präsident Sarkozy, der damalige UEFA-Präsident Platini. Boah, was da alles abgeht im Hintergrund, ne? Das magst du dir nicht ausmachen, Leute. Wir wissen gern nix. Wir wissen gern nix. Da geht so viel mehr noch ab, Leute, von denen wir nicht wissen im Hintergrund. Aber ich finde das schon krass, dass die... Das WM und so alles schon so viele Jahre vorher geplant hat. 2010 wurde geplant, dass 2022 die WM oder jetzt... Ja, in Katar stattfindet. Das ist schon krass, Alter. Und Tamim bin Hamad Al-Tani, das Startüberhaupt von Katar, zu einem Treffen in Paris, bei dem ein wahrer Megadien verhandelt wurde. Katar soll zugesagt haben, den damals angeschlagenen Fußballclub Paris Saint-Germain zu kaufen und in Frankreich eine TV-Sportkette aufzubauen. Im Gegenzug würde Platini die Seiten wechseln und sich im FIFA-Ausschuss nicht mehr für die USA einsetzen, sondern für Katar. Platinis Sohn solle zudem einen Posten bei Katars Sports-Investment erhalten und französische Baufirmen sollten schließlich den Zuschlag für die Errichtung der Stadien erhalten. Und wäre das nicht schon einer der schmutzigsten Deals überhaupt, ging die Bestechung Katars noch weiter. Laut US-Staatsanwaltschaft sind mindestens vier Delegierte mit direkten Zahlungen bestochen worden. So zum Beispiel die Komitee-Mitglieder der Elfenbeinküste und Kameroons, die jeweils 1,5 Millionen Dollar für ihre Stimme von Katar bekommen haben. Andere Stimmen wurden eher verschleiert gekauft, wie zum Beispiel bei dem Mitglied aus Zypern. Hier kaufte eine katarische Firma nämlich kurz vor der Abstimmung ein Stück Land von ihm auf Zypern für 32 Millionen Dollar im Gegenzug für seine Stimme. Kann man das alles auch so recherchieren oder woher nehmen die die Infos? Schon verrückt, wenn das alles stimmt, was die da sagen mit kurz vorher gekauft, dann hier, damit er die Stimme dafür abgibt und das und jenes. Tatsächlich nicht alle der 14 Stimmen direkt gekauft worden zu sein. Einige Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees wurden einfach durch Lobbyarbeit überzeugt. So sponserte Katar kurz vor der Vergabe die Jahresversammlung der Konföderation des Afrikanischen Fußballes, die damals ziemlich knapp bei Kasse war. Im Gegenzug dafür wurde der Kongress quasi in eine Werbeveranstaltung für Katar umgewandelt, um sich der Stimmen der afrikanischen Mitglieder des FIFA-Komitees sicher zu sein. Zudem nahm der katarische FIFA-Funktionär Mohamed Bin Hamann starken Einfluss auf den FIFA-Präsidenten Sepp Blatter. Der Katarer wollte nämlich zunächst selbst als FIFA-Präsident kandidieren, zog sich allerdings kurz vorher zurück und wechselte plötzlich die Seiten. Er sagte damals dazu, Und weil Katar nur wenige Monate später den Zuschlag für die WM erhielt, verlief diese Freundschaft mit Sicherheit nicht ganz ohne Gegenleistung ab. Aber zur wichtigsten Frage, wie konnte Katar damit überhaupt durchkommen? Ganz einfach, diese Art der Vergabe scheint tatsächlich Praxis in der FIFA zu sein. Schaut man sich nämlich die Liste der 22 Mitglieder des damaligen FIFA-Exekutivkomitees an, sind heute bis auf zwei alle vom Fußball ausgeschlossen und verurteilt, angeklagt oder werden der Korruption beschuldigt. Übrigens waren es ursprünglich auch 24 Mitglieder. Die Delegierten aus Nigeria und Tahiti wurden aber im Vorfeld schon ausgeschlossen, da sie damals schon beim versuchten Stimmenverkauf erwischt wurden. Es gab dabei sogar auch einzelne Stimmen, die die WM-Vergabe rückgängig machen wollten. Insgesamt fehlt es aber ein Rückhalt. So ist das einzige Land, das sich wirklich offen gegen Katar stellt und auch Kritik übt, Norwegen. Hier wurde auch heftig über einen Boykott diskutiert, der jedoch aufgrund des fehlenden Rückhalts durch andere Nationen wieder verworfen wurde. Letztendlich hat sich Norwegen auch nicht für die WM qualifiziert. Alle anderen Nationen äußerten sich, wenn dann nur sehr zurückhalten, weshalb das Turnier trotz zahlreicher weiterer Skandale, wie die prekäre Menschenrechtslage, fehlende Frauenrechte, fehlende Pressefreiheit und zahlreiche Umweltprobleme durch die Errichtung der Infrastruktur. Ich glaube aber auch, es wird kein Influencer hier aus Deutschland nach Katar fliegen und sowas. Also zumindest von den FIFA-Influencern, die auch Fußball zocken und so, glaube ich nicht, dass da jemand hinfliegen wird. ...in der Wüste nun trotzdem stattfinden wird. Die WM in Katar ist dabei auch nicht die einzige WM, bei der stark... Der Typ macht mir Angst, ne, die ganze Zeit da mit seinem Pokal und dieses Grinsen, Alter. ...stochen und betrogen wurde. Die WM 2018 in Russland wurde mutmaßlich im selben Abstimmungsprozess ebenfalls durch Stimmen gekauft. Dasselbe gilt für die WM 2010 in Südafrika. Und auch bei der WM 2006 in Deutschland gibt es sehr große Betrugsvorwürfe. Aber das ist auf jeden Fall Stoff für ein anderes Video, in dem wir uns genau anschauen werden, warum WM-Vergaben fast immer Betrug sind. Lasst also gerne ein Abo da, wenn ihr das Video nicht verpassen wollt. Ansonsten bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ja, ist ein schwieriges Thema, Leute. Ich möchte dazu auch nicht allzu viel sagen. Aber da geht, glaube ich, vieles nicht so mit rechten Dingen zu, wie man es gerne hätte. Aber es ist überall so. Auch hat er ja auch gesagt, bei der letzten WM, überall wird bestochen das und jenes. Da kann man auch vieles halt nur sich ausmalen, prognostizieren oder drüber nachdenken. Aber letzten Endes, ja, wird sowieso jeder von uns die WM gucken. Klar schreiben einige, ich werde es nicht gucken, ich werde es boykottieren, blablabla. Aber niemand, der hier in Deutschland ist, kann mir nicht sagen, wenn Deutschland jetzt weit kommt oder Halbfinale, Viertelfinale, dass ihr dann sagt, nee, ich sitze jetzt zu Hause, ich gucke keine WM, während alle anderen jetzt WM gucken sind. Glaube ich nicht. Ist aber auch ein schwieriges Thema. Ja, ist nichts Schönes da, dass die ganzen Leute sterben bei dem Bau von den Stadien und all sowas. Ich finde es auch unnötig, dass eine WM ausgetragen wird an einem Ort, der eigentlich gar nichts mit Fußball zu tun hat, wo einfach Stadien gebaut werden müssen, anstatt dass man an Orten macht, wo schon Stadien sind. Auch wenn da jetzt vielleicht nicht unbedingt Fußball der Hauptsport ist oder so. Aber da man vielleicht die Stadien einfach ein bisschen renovieren kann oder was weiß ich was irgendwie so. Nicht komplett neue Stadien errichtet, die dann, wie auch Dingens, bestes Beispiel 2014 in Brasilien, die ganzen Stadien, wenn ihr euch das mal jetzt angucken würdet, die sind alle am Arsch. Die sind alle schon kaputt zerfallen, weil da nichts mehr gemacht wird. Und dann wird einfach für so ein Turnier so viel Geld investiert, so viele Menschen müssen dafür arbeiten und am Ende wird da einfach nur, ja, einen Monat eine WM gespielt und dann war es das und dann zerbricht alles von alleine. Schwierig, 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 schwieriges Thema, Leute. Aber ja, was zu dem Video. Wie gesagt, man weiß nicht, was stimmt, was er da im Video sagt, wo er seine Quellen hat. Man kann sich nur viele Sachen denken, aber ohne Beweise kann man halt nichts beweisen. Dazu kann ich auch nochmal kurz was sagen, Leute. Ich habe mehrere Angebote bekommen, dass ich nach Katar fliege und dort Vlogs drehe, Stadion-Vlogs, Sieben-Sterne-Hotels und alles sowas. Fünfstellige Summen, Geldbeträge, alles bekommen. Ich habe alles abgelehnt, alles. Von Anfang bis Ende, alles abgelehnt, Digga. Ich werde da nicht hinfliegen und einen oft tun, so, hey, geil, hier und da alles, bla bla bla. Ja, ich gehe nicht hin, weil ich das nicht supporte, so, weil wenn man alles so mitkriegt, was da so gesagt wird im Fernsehen und generell im Internet, was du lesen kannst und so alles. Der Fernseher war ein schlechtes Beispiel, aber hier generell, was du mitbekommst, so, ne. Ja, ich kann dazu nicht viel sagen, Leute, damit mache ich mich strafbar sonst. Ich darf nicht irgendwelche Namen nennen von Anfragen und das und jenes. Deswegen, aber ich habe auf jeden Fall einige Anfragen bekommen. Ich habe auch Anfragen bekommen hier. Das weiß ich nicht, das ist so eine Grauzone für mich, so von Sachen in Deutschland, wo man zusammen die WM guckt und einfach nur darüber quatscht, so. Ist halt im Endeffekt auch eine Sache, die mit der WM zu tun hat, aber du bist halt nicht direkt dort. Aber ich habe das auch abgelehnt, Digga. Ich will irgendwie gar nicht mit der WM in Verbindung gebracht werden, was Placements angeht oder so. Dass man mir dann unterjubeln kann, ja, du hast aber Geld damit verdient, obwohl du weißt, was da abgeht und hier und da alles und bla bla bla. Bin ich einfach nur mal sicher gegangen, weil mir geht es gut, auch finanziell. Und ich brauche nicht irgendwie meinen Ruf zu gefährden oder zu viele Risiken einzugehen. und habe sowas nicht nötig. Da gucke ich lieber entspannt mit meinen Kollegen, mit meinen Freunden und da bin ich auf dem Weihnachtsmarkt, gucke da Public Viewing oder was weiß ich was, ohne irgendwie für was bezahlt zu werden, für was ich nicht bezahlt werden möchte, so. Ich wäre da nicht hingeflogen, Mann. Ich habe auch gar keinen Bock, da hinzufliegen, so. Und da kamen auch wieder so viele Leute, oh, aber du warst doch in Dubai Urlaub machen. Und boah, Digga, da habe ich wieder die Krise bekommen, Alter. Ja, aber wurde ich dafür bezahlt? Nein, ich habe selber gezahlt. Ich war ein, zwei Wochen dort, einfach ein bisschen Urlaub gemacht und gut ist. Ich sage ja jetzt nicht hier, ey, das ist das geilste Land, kommt alle her, beste Land hier, bla bla bla. Ist ein schwieriges Thema, lassen wir es sein, Leute.